Heute folgt mir hier ein 119 Abonnentenspeckel von meinem Kanal. Heute mal in diesem Tümpel hier, weil der da unten wo der Finger so lang geht. Der müsste hier sein. Der ist leider ausgetrocknet, da können wir keine Knatter reinschmeißen. Aber da werden wir die jetzt mal hier reinhauen. Aber der ist ziemlich tief. Von denen wird er wohl leider keine sehen, weil das halt dann so gemisch ploppt meistens. Ja und dann schauen wir mal. Und dann zum Schluss kommen dann noch 8 relativ große Knaller mit 60 Gramm. Die haben wir dann mal hier rein bzw. hier mit 5 Gramm und 60 Gramm. Mal gucken, ob wir dann den Trägenschirm brauchen oder nicht, weil wir schon ziemlich nah dran sind. So, dann fangen wir mal an. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen hintereinander weggehen. Naja, das ist halt Fieber. Das war schon ein bisschen besser. Naja, das ist gleich schön blöbriert. Naja, Körbel. Also jetzt habe ich den gerade mit geblübten Schrift. Mal gucken, ob die gehen, weil die meistens nicht. Die gehen meistens nicht. Die gehen meistens nicht. Nur die Silber Edition von 5G, die wollen manchmal nicht. Scheiße. Ach, das ist ein Unterschied. Was ist das überhaupt für einer? Genau. Müll. Hätten wir die jetzt hier vorne mit reingehen, war scheiße. Ja, das war ein Blöb. Das sind die Wirbel. Und der Vordrenner und das noch wieder mit dran klebt hier. Das ist nervig. Blöblöbl. Jetzt stimmt ein bisschen leid. Was wird das jetzt? Sieht man es sowieso nicht mehr drauf. Das ist so weit weg. Ich glaube in die 6 Grammer rein. Ich glaube in die 6 Grammer rein. Ja, ich schon in die Männer rein dann. Anders geht es nicht. Und naja, das Wort, dann müssen wir Mittelweg gehen. Oh ja. Ja, jetzt warte mal. Ja, nicht zu tief. Da müsste ein Präter sein. Im Meterwache ideal hier. Aber da drüben, der Fass, ausgetrocknet. Also Fass, den ganzen Tag vergessen. So, der Vorbrenner wieder dran. Warte. Warte. Da waren so Pfefferkuchen hier drinnen. Und hier. Die machen wir dann auch noch. Aber ganz zum Schluss. Jetzt noch nicht. Okay. Ja, das ist schon. Das ist schon. Das ist ja. Da drüben wir wieder mit. Das ist die Reile. Die haben schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Da meistens. Guck mal hier. Jetzt verblasen wir hier. Das ist Schlamm. Ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung. Da ist wie eine Klärgrube. Selbst die, die merkst du hier unten. Das ist nimmer normal. Ach, geil. Das ist eigentlich nicht. Das Tatschen. Das Tatschen. Ganz schön viel noch. Ich muss da ein Stüppel übernehmen. Das ist nämlich ein Schaden. Naja, nicht. Die kennen aber so nicht. Jetzt ist das begrenzt. Die kennen so nicht. Jetzt gehen sie. Ja, wir haben ja noch einen Platz frei. Ja. Hier kommt nämlich jemand. Kommen Sie mal her. Aua. Wir haben ja noch genug Plätze frei hier. Ja, so. Let's go. 도. Wir haben noch nicht. Weimler 1. Auch die kommen sind aber schwer. Ich kann aber nicht so lange här. Ich kann aber nicht so lange här. Ja, das ist jetzt schon wieder die GmbH. Das Lötzschi das zu filmen. Scheiß untertrieben. Das müssen wir wieder regeln. Hä? Die Größen dann nicht, die haust du dann in die Bilder rein, wie gesagt. Und dann gehen wir mal, na guck mal ob Stefan den richtig gut drauf hat. Wenn das Glück nicht klappt, dann mach ich dann die anderen zwei auch noch. Uh hier, Vorbrenner. Ich hab jetzt keins. Da hast du eigentlich eins. Ich hab's nie, oder? Ja, da ist eigentlich mal eins dahinter. Ja, und die Schlamm, und die Grütze da drüben. Ach Scheiße. Tun wir das ab, das Papier immer abfetzen. Das haben die bis drauf gemacht, wenn die Gluten nicht aufgelaufen, den Vorbrenner da drauf kommt, weil dann knallt's nämlich gleich. So. So, da war die Lippen drauf hier. Ja, ist schön tief. Ja, die Grütze da drüben. Das ist gut. Ja, das ist schon mal gut. Bin schon mal gespannt, ob die Grütze da drüben. Ja, besonder sind die nie, aber die drücken, also die geilen. Die haben mal 5 Gramm in Dumpen halt. Blitze, ey. Hier ist fast die Glut rein. Das ist das, ne? Warte mal. Warte mal, qualmt das hier? Scheiße, es ist da weggeflogen. Warte, das qualmt doch. Echt? Wo? Ey, wir müssten gerade mal einen kleinen Karten machen hier in der Hütte, ne? Uns ist die Glut von den Ansonsten immer hier in das Ding machen geflogen. Und da hat hier so ein Dumpen, da hat hier, da hat's Papier angefangen mit zu glühen. Ich hab das gerade so mal gesehen, mal durch Rand und Zufall, weil ich hier reingeguckt hab. Ey, das hätte jetzt so ganz böse enden können, ne? Ich hab noch mal Schwein gehabt, ne? So. Aber. Wenn's knallt, knallt mal kurz, dann fangen wir ein bisschen Wasser. Also. Oder so. Ist aber genau so. Kann man mal kurz. Auf den Gang geht doch alles. Gut. Kleinen Hexen. Ich auch. Der ist schon lange aus, aber der hat sich lange schon geknallt. Was machst du, du? Die Steine rutschen. Macht nicht, kannst dich doch trotzdem draufsetzen. Die rutschen bis zusammen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ui. Das Ding war, Alter. Da ist hier. Komm schon mal. Ja, ich auch. Ja, das ist immer das. Bei mir ist immer frohe Feute im Job. Was? Frohe Feute? Im Sommer übelst. Du bist mal oben. Du bist schon wieder fast rein. Ja, ich auch. Ja, das ist immer das. Bei mir ist immer frohe Feute im Job. Vorfeute im Sommer übelst. Ja, da ist das. Ich bin nicht dran. Es ist nicht dran. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Hier kannst du es reinlassen, wenn man die Schnur sieht, ist das ok, denn wir wissen es nämlich nicht, wo man hier einzündet. Hallo? Das ist das von uns? Genau das. Die Hammerbordrück, die war breiteste. Die sehen gut, die sind bald besser als die Dünnbüms. Oh, die Blasen hier. Und? Hier, hier. Weiter geht's. Nur das Video schneiden, das ist nervig. Ja? Jetzt ist es zu spät. Was? Auto? Auto hat jemand. Gut, der erste Fehl. Ich weiß nicht, wie viel. Was? Na, da sind wir nicht drin? Wir sind hier hinterm ... Oder zu Torabfangen. Nein, 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 da war ja ... Das ist ein Quatsch, ja. Mit deinem Arsch, das ist ein Quatsch. Da kommt noch welche, da ... Da ist noch welche ... Ja ... Scheiße, was war denn das jetzt? Da ging an, der hat durchgebrannt. Das Dreck wie ... Oh, scheiße. Wolltest du immer mal abrücken, dieses scheiß Dreckpapier hier. Ja, ja. Nur bei dem Alpern End. Hallo? Du musst ja ... Ja, das nicht mal rumdrehen. Jetzt. Ungefähr so. Weil den Dümpen es aber mal nie machen weiter wegen der Probeine. So. Ups. Die Hosen. Dasbank, der Maarten. Boah. Der Wackert. Kein Schwänje. Die Tübe, Diebe. Boah, hier kann ich euch schlafen, weil, hier, komm hier, ich schalte es noch mal daneben, mal gucken wir es dir bis dort, dort gerade ungefähr, ja genau, hier, hier, ist der ekelhafter, das ist doch wie frise auf dem Klo, naja, der wohnt da auch nicht. Reine! Das ist gefährlich. Die wachsen, die wachsen, die wachsen nur noch. Gut. Hier wieder ein silberner Dümpel, der gerade nicht ging. Manchmal wollen die nicht funktionieren, hier, die 5 Gays. Ja, das geht schön. Keine Sorge. Ja, ich weiß. Weil das CEL ist, ist ein gelbes Seeschropp. Haben die CELs denn, ja? Die, nein, ja, ja, die haben wir CEL. Weil das eigentlich eine Parknaststelle ist, das ist die Blasier-Elje. Ja, das war's, und danach sind ja noch die Großen. Erstmal? Erstmal noch. Und dann sind noch die Großen. Gut. Die, die felsen hier noch. Ja, ne. Gut. Und dann kommt die hier noch. Boah, alter, alter. Ich hab da Beutel. Ne? Also, was wir verletzen nicht, warum wir da sind? Das war's. Ich bin sehr großartig. Zeig auf den Platz in diesem Moment. Wir sehen uns ein sehr schönes Schuss. Obwohl wir den Bremschläuten, zerstören müssen wir uns mit einem Gästchen haben, Wie bin ich so, gar nicht auf. Wie bin ich? Wie bin ich das? Wir hören uns. zin. Wir hören uns. Nein. Wir hören uns. 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 Die letzten zwei, oder? Ja. Gut. Die Blasen, oder? Ja. Echt? Hä? Ne? Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Bombs. Die gehen gut. Das machen wir glatt ab. Alles raus dort. Das muss ab. Jetzt gehören wir das höchste Gerülla-Bomb. Ein paar Löcher mit CE. Die hatten wir 8g, jetzt müssen wir nur 5g oder so. Hauen wir jetzt auch mal wieder rein und geht los. Oh Gott. Warte mal. Ja. Naja, auch nicht mehr Power, oder? Aber... Naja... Boah. Die geht aber wirklich schnell hoch, ey. Ja, ja. Die drücken schon. Also, die haben schon gewisse. Ne, der kommt nicht. Der wollte nicht. Ja, ist normal. Eine sehr kurze Zinschnur. Müssten eigentlich doppelt so lang sein. Aber... Ist halt. Ja. Nein. Nein. Die erste noch? Das letzte. Und dann gehen wir mal ein bisschen weg. Also, das machen wir auch von hier oben. Feier. Ja. Achso. Ich dachte, was wir nicht geben. Ja, das. Und jetzt kommt die hier. Ja. Wenn die alle beide gut funktionieren, machen wir dann nochmal zwei mit hinterher. Aber ich will erstmal gucken, ob das hier mal ab geht. Im Wasser weiter ziemlich tief ist hier drüben. Also, wie gesagt, dieser Dümpel. Mal gucken, dass sich dann irgendwie durchweicht. Das darf aber nicht passieren. So. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Schiss. Das ist nochmal der... Holen wir da... Kommt. Alter Verräter. Das... Der war gut. Zwar... Weiter... Alter. Sind wir denn die ganze Reine hier? So. So, das war jetzt erstmal hier das hier 119 Abonnenten zum Beispiel auf meinem Kanal. Wie gesagt, ist halt vielleicht ein bisschen schlecht geworden das Video. Weil man halt keine von denen gesehen hat. Also die letzten zwei jetzt. Diese Weiber 12. Ja. Wie gesagt, lasst mal ein Like da oder so. Wenn ihr wollt. Könnt ihr irgendwas in die Kommentare mit reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Naja. Das müsst ihr halt nicht. Aber ihr könnt. Aber nur positive hier. Große Kommentare werden bei mir gelöscht. Sofort. Die schmeiße ich raus. Ja. So. Gut. Ne. Dann... Wir machen dann nochmal ein anderes Video. Wir putten dann nochmal in ein paar große Beure die Erde rein. Wir haben bestimmt 4 oder 5 Wären. Und dann soll es das gewesen sein für heute mit Filmen. Gut. Danke euch fürs Zuschauen und bis später. Ciao. Ciao. Ciao.